Oh, was ist das denn? Sekündchen mal. Tada! Und das gleich dazu. Ich mach das jetzt mal ein bisschen affig. Und... So, ich hab die neue... Also ja, die neueste DVD, Thomas-Abkürzung. Meine dritte CGI-DVD. Ich bin sehr armselig. Mal sehen, was danach kommt. Vielleicht eine weitere DVD mit Staffel... mit den Dinos and Discovery Folgen. Und die eine Staffel 17 Folge, die fehlt. Oder nichts mehr. Das sind alles echt schreckliche Vorstellungen, aber es kann echt alles sein. Nichts ist unmöglich. So, und... Ja, mehr hab ich nicht zu sagen. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen der Staffel. Dazu noch... Hero und die Widerspinsel im Waggon. Nicht der Charlie. Ist echt eine armselige Folge. Ich glaub, es ist eine neue Kiongeze. Unterdampfende Stafford. Vor kurzem hab ich gesagt, dass ich die noch nie gesehen habe. Ich hab dann eine Fernsehaufnahme auf dem Fernseher entdeckt. Also ja, die Folge kenn ich jetzt auch. Ja. Sprecherin irgendwas? Nee. Also... Ja, ist nichts so Spannendes hier drinnen. Und wie immer... Genau. Okay. Ja, komm schon. Oh, auf großer Reise. Schon da. Interessant. Und da fehlt immer noch die Geschichte der Muttinglocks. Irgendwie lassen sie das aus. Hörspiele sind auch vertreten und sie promoten halt alte DVDs. Also ja, alles was, glaub ich, ich meine Noah schon angesprochen hat, als er das rausgeholt hat. Ja. Und zwar bis es startet.